Digga, was machst du? Wo guckst du hin? Ich schwul dich an, Mann. Dann schwul dich halt hin, ja. Warte, 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 warte. Komm her. Stell dich hin. Stell dich hin. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ist gut? Ja, geht so. Du mein Lieber, Alter. Tu es. Jetzt? Ja. Warte, zugucken. Ja. Hör auf. Da kommt die Liebe. Servus, Leute und herzlich willkommen zu, ja, was anderem auf meinem Kanal. Heute mit Charlie wieder mal. Oh. Ja, hallo. Äh, wir machen ein bisschen Jumpenrund. Ähm, so hier. Gott. Ja, das ist... Was muss ich hier machen? Äh, warte mal, warte mal, hier. Äh, teste deinen Speed-Skill. Ja, du stehst direkt vorm Schild. Mario Carrera-Card. Aha. Teste deinen Speed-Skill. Okay, komm. Ich bin schon unterwegs. Ja, ich bin auch... Oh mein Gott. Ich hab dich überholt, oder? Nee. Hä? Hä? Ah. Spring. Hahaha. Ah, ich versteh's. Ah, okay. Cool. Das ist auf jeden Fall, ähm, die heutige... Nein. Nein. Oh. Oh. Ah. Hahaha. So, habs. Äh, das ist auf jeden Fall die, äh, heutige... Nein. Das heutige Jumpin' Run des Tages. Jetzt hab ich den Satz endlich fertig gekriegt. Oh mein Gott, Alter. Wo bist du? Ich bin schon weiter. Ja, ich glaub auch. Ich hab's fast geschafft. Ich hab's fast geschafft. Ich hab's fast geschafft. Wo bin ich? Wieso bin ich jetzt wieder am Anfang? Äh. Ah. Oh mein Gott. Wieso komm ich immer wieder an den Anfang? Weil du wahrscheinlich an den... Nein. Du kommst wahrscheinlich an den Rand. Und der Rand... Nein. Oh mein Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah. Alter, hör auf zu sabbern, Alter. Ich sabber nicht. Dieses... Das ist voll eklig. Ja, das ist immer, wenn ich mich so ein bisschen, äh, konzentrate. Äh. Äh, was muss ich machen? Oh mein Gott. Du musst auf mich warten. Ich muss ein bisschen auf dich warten? Ja. Okay, ich komm ein bisschen zurück. Das ist ja doof. Wo bist du? Weiß ich doch nicht. Hä? Wo bin ich? Wenn ich grad wieder zurück... Ich bin wieder am Anfang. Was? Was? Ich bin aber am Anfang wieder. Ja, ich seh dich. Scheiße. Wie konnte das passieren? Ähm, kommst du mal her? Jetzt bin ich unter der Strecke. Ja. Neben der Strecke. Hä? Das ist richtig, das ist richtig, richtig, richtig. Ja? Ja. Jetzt müsstest du da hinten, glaub ich, kommen. Ja, da kommt er, da kommt er, der Kalle. Jetzt leckst du? Wer kommt? Du? Kali. Ja? Wer? Das ist dein Ingame-Name. Ja, wie hast du mich grad genannt? Kalle. Ich heiß auch Sven. Ja, so möchte ich nicht. Nee, da heiß ich nicht. Wo bist du? Ah, da oben. Nee. Oh, und runtergefallen. Äh, mit dem, mit dem roten, mit dem roten Farbstoff kannst du dich zurück teleportieren zum nächsten, letzten, äh, Checkpoint. Wieso, wieso schaffe ich den Sprung nicht? Weil du sprinten musst. Sprinte. Ich tue Sprinten. Du, du springst zu früh ab. Ja, jetzt. Ja. Du faggit. Soll ich dir da hoch? Du hast Jump Boost bekommen. Und? Jetzt. Nein. So früh, oder? Hä? So früh, oder? Was? Ja, ich seh das von hier hin. Ja, nice. Alles geschafft. Das Jump'n'Run fängt jetzt erst an, ne? Das war jetzt nur... Bin ich hier richtig? Ja, 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 ja. Komm, komm, komm. Mist. 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 Also es kann sich nur noch um Stumpen handeln. Ah ja, okay, er ist da. Irgendwie, irgendwie laggt der Server, ich weiß nicht. Ich bin's nicht. Ich bin vor dir, oder? Nein, jetzt nicht mehr. So. So, jetzt müssen wir hier hoch. Wieso bin ich wieder zurückgegangen? Wo bist du jetzt? Weiß ich nicht. Mich haut's immer zurück. Warum auch immer. Hier bin ich. Was muss ich machen? Perfektes Timing. Durch... Hä? Ich versteh's. Ich versteh den Sprung nicht. Hallo? Hä? What? Perfektes Timing durch Sprinten. Ah. Okay. Okay, ich hab's verstanden. Nee. Doch. Hab's. Okay. Hä? Durch Sprinten. Einfach Sprinten. Häh. Einfach die Sprinten-Taste drücken. Ach, leg mich durch. So, hab's geschafft. Äh, jetzt müssen wir hier hoch. Ich hab die Sprinten-Taste gedrückt. Oh mein Gott. Nein, jetzt hab ich's. Nein. Okay. Ah, wie bin ich jetzt? Ah, nein, abgestützt. Ich, ich schaff diesen Sprung nicht. Ach Mist, hier ist ein Zäunen weg. Ich hab einfach schon 16 fucking Fails, ne? Und ich? 42. 43. Wo bin ich? Okay. Hä? Ah, das ist ganz schön. Ja, gut. Ah Mist. Das ist ganz schön schwer. Wo bin ich jetzt? Ah, ich hab's geschafft. Nice. Zack. Hab's geschafft. Nice. Juhu. Oh. Ich bin über dir. Nein. Ey, ich hab, ich, ich hab doch gesch... Ich bin ganz runtergefallen wieder. Ja, dann drück die, äh, rote. Ich bin schon wieder auf dem Weg. Boing. Boing. Fuck. Hallo. Wieso, wieso hüpfig so hoch? Ja, weil du Jump Boost hast. Um... Ich bin doch gesprungen. Irgendwie hat die Map... Leichte, leichte Fehler. Kann das sein? Boing, ich bin ganz oben, Alter. Scheiße. Ich bin ganz oben. Wie, ganz oben? Nein. Ganz oben? Ah, da ist ein Loch. Ich bin im Ziel. Du hast es geschafft. Ja, Mann. Laber, wie hast du mich überholt? Ich bin mit dem Jump Boost ganz hochgesprungen und war ich im Ziel. Du bist ein Hacker. Du bist ein absoluter Hacker. Guck mal, wo ich jetzt bin. Ich muss hier die komplette Strecke noch machen. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, du lachst es nicht drauf. Nein. Hä? Hä? Wo muss ich da hin? Da glitzert so. Ah, ich muss hier hoch. Okay, jetzt bin ich beim Rainbow oben. Nein. Das sind so grüne Buchstaben. Ja, ich bin beim Rainbow jetzt. Rainbow? Da war ich gar nicht. Ja, siehst du, du hast... Da war ich gar nicht. Du hast voll viel übersprungen. Es gibt, Alter. So, jetzt bin ich hier. Ja, es ist aber schön gebaut, muss ich sagen. Du bist aus dem Regenboden. Raus? Äh. Ich weiß nicht. Sehe ich dich? Nee. Ach, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Nein. Ah, hier bin ich wieder. So. Nice. Und bam. Wo bist du? Zack. Zack. Merk. Boah. Ich hab doch... Oh, jetzt hab ich aus Versehen rechts gedrückt. Nice. Also, ich bin ein absoluter Jumpenrund. Ich mag dieses Schnellrennen auch gar nicht. Nein. Hä? Ich hab' ich keinem fliegen. Ja, ja. Du hast das Spectator-Mode. Wo bist du? Ja, wo bin ich? Auf der Rennstrecke. Wo soll ich denn sein? Ja, aber wo auf der Rennstrecke? Äh, da ist schwarz. Der ist schwarz. Auf der Rennstrecke, da wo ich grad renne. Das ist ein Lava. Der ist schwarz. Oh, fuck. Äh, bei so einem Drachenkopf. Ich hab doch... So, jetzt bin ich da. Was? Drachenkopf? Alter. Das bist du. Hier fliegen überall Enderperlen vom Himmel. Enderperlen? Ja. Äh, ich hab doch! Daum? Bisschen, Mann. So. Nee. So, und wo muss ich jetzt hin? Was ist das? Pfeil. Ah ja, hier. Ja. Und wie hat... Deckpoint 38. Wie hat was? Wie hast du dich so durch das Buggen jetzt und... Alles? Ey, du bist voll schnell im Ziel gewesen. Das finde ich voll asozial. Ohne Witz. Ich weiß auch nicht, was da los war. Guck mal, wie lang ich hier noch... Alter, ich weiß auch überhaupt nicht, wo du bist. Am Rennen. Ich glaub, du bist aber... Ich bin aber in einer ganz anderen Map, Alter. Du bist auf der... Was? Hä? Ich bin doch gesprungen. Ich weiß doch... Keine Ahnung, was hier los ist. Ach, hier geht's noch weiter, Alter. Was? Hallo? Hä? What? Ja, irgendwie klappt es mit den Jumps nicht so richtig. Ja, ich hatte diesen Jump Boost und bin damit ganz weit hoch gehüpft. Ja, und ich hab hier manchmal einen Boost, ne? Und bin dann plötzlich hier drüben, da ist so ein grün geschrieben Ziel. Ach. Da bin ich ja gelandet. Ah, da bist du. Juhu. Hi. Ich seh dich nicht. Guck, der Jump Boost, der funktioniert nicht. Doch, jetzt. Ja, jetzt. Ich flieg hinter dir. Da ist das Ziel. Hinter dir. Halt mal an. Nein, das ist nicht da. Doch, da ist das Ziel. Ich... Siehst du auch. Z-I-E-L. Und ich flieg links von dir. Siehst du mich? So. Hallo. Hallo. Jetzt hab ich's geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ähm. Zu dem Jump'n'Run. Du hast, du hast ne Rüstung an. Ich auch. Ja. Bewertung, also ich fand die Kreativität, ja, gut. Ich hab's mit gut bewertet alles. Das war aber, bevor ich rausgefunden hab, dass ich mich total ins Ziel gepackt hab. Ja, okay, aber Sprünge, so, so, also es war ja nicht, nicht wirklich ein Jump'n'Run, es war ja mehr so ein Speed-Parcours. Deswegen geb ich da auch ein Gut. Und Optik, muss ich sagen, muss ich sagen, sehr gut. Und wie hast du die Map bewertet, Charlie? Ich hab alles mit gut addet. Alles mit gut? Mhm. Bist du zufrieden mit deiner Hacker-Leistung? Ich hab hier eine Ender-Perle. Ich hab hier ganz viele. Äh, okay, und an der Stelle wollte ich dann auch, äh, tschüss. Boah, geil, jetzt bin ich ganz oben auf der Map. Sagst du auch noch tschüss, oder? Tschüss. Jo, tschau. Tschüss. Ja.